servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wer mir auf insta oder twitter oder facebook folgt links in der video beschreibung der hat es vielleicht schon gesehen ich lade dieses video übrigens auch auf meinem zweitkanal hoch falls es da irgendwelche überschneidung von der viewer base gibt also oder eben nicht überschneidung damit jeder die möglichkeit hat dieses gewinnspiel noch wahrzunehmen letzten endes was ich machen möchte jetzt in dieser woche ich habe die codes schon länger bei mir liegen aber ich wollte es gerne als kleines weihnachtsgeschenk machen und zwar gibt es zwei gewinnspiele an dieser stelle und zwar zum einen eine dragonflight epic edition also halt es gibt ja leider nicht mehr die verpackten dinger nur noch diese collectors editions und da habe ich halt nur meine eigene aber ich habe noch für euch und das ist jetzt nicht von blizzard für ein gewinnspiel bereitgestellt oder sonst was sondern der code ist mein eigener oder kommt aus eigener oder geht auf meinen nacken sagen wir es mal so bekommt im gewinnspiel nummer eins eine epic edition gewinnspiel nummer zwei ist in zusammenarbeit mit meinem partner holy holy energy da gibt es dann auch noch mal 75 euro shop gut haben zu gewinnen beides sind separate gewinnspiele und in dem video möchte ich euch einfach noch mal erzählen was ihr dafür machen müsst wie lange das dauert und so weiter und sofort wie lang es geht wann ihr euren gewinn bekommt wenn ihr denn gewinnt und das ganze drumherum wie gesagt ich kennzeichne dieses gesamte video jetzt einfach mal als werbung ich werde zwar für den blizzard part nicht bezahlt dass ich das verkaufe oder verlose aber letzten endes ist es ja auch werbung fürs blizzard spiel ich mache es jetzt einfach who cares und der holy part kriegt zwar auch kein geld für dass ich das verlose aber sicher ist sicher ihr wisst was ich meine letzten endes es gibt den code für die epic edition wo ihr sogar jetzt gerade und da ist es gut dass ich gewartet habe mit dem verlosen das konnte ich ja vorher nicht wissen aber es gibt aktuell noch mal 30 tage extra spielzeit das gilt auch wenn ihr das ding geschenkt bekommt und wichtig hierbei ist halt ihr müsst das ding bis zum dritten januar einlösen ich kann es natürlich nicht überprüfen oder gegenchecken bei diesem gewinnspiel aber was mir persönlich wichtig wäre natürlich darf jeder bei diesem gewinnspiel mitmachen und ich kann und möchte auch niemanden ausgrenzen aber da es weihnachten ist und ich jemandem auch eine kleine freude machen möchte würde ich mich sehr freuen wenn man zumindest wenn ihr schon eine epic edition besitzt nicht bei dem gewinnspiel zumindest nicht bei diesem teilnehmend mein theoretisch könntet ihr euch auch sagen jo ich gönne mir den code und gewinne das ding und dann verticke ich den bei ebay das wäre dann zwar auch ein weihnachtsgeschenk und ich möchte damit jetzt niemanden auf dumme gedanken bringen aber mir geht es eigentlich eher darum dass jemand der das spiel vielleicht noch nicht hat und gerne austesten möchte und es aus welchen gründen auch immer vielleicht auch nicht geklappt hat dass der das spiel bekommt oder halt dass jemand der die base oder heroic edition oder was auch immer hat der sagt oh ich möchte unbedingt dieses weiß nicht xy item haben aber ich konnte es mir nicht leisten oder base edition war das maximum dass der sich das ganze dann aufwerten kann also es wäre doof sagen wir mal so wenn man an dem gewinnspiel teilnimmt nur mit dem hintergrund den code fürs verticken abgreifen zu dürfen aber ich sage es nur zur sicherheit weil bei so vielen oder bei so gewinnspielen auch immer viele ankommen die nicht aus meiner community stammen bei meiner community mache ich mir da überhaupt keine sorgen aber ich will es allgemein eben mal gesagt haben das ist alles dabei dragonflight ihr könnt den drakt hier spielen ihr kriegt 30 tage extra spielzeit plus nochmal 30 tage die sowieso dabei sind also heißt ihr könnt dann zwei monate umsonst spielen mit dem code wie gesagt bis zum 3 januar einlösen ihr bekommt eine charakteraufwertung auf stufe 60 den umschlungenen traumweber das haustier murkastrasa ihr bekommt den ruhestein des zeitwanderers einen kopftransmog und rückentransmog und wie das ganze dann aussieht ist jetzt in diesem beitrag hier mit drinne da sind letzten enden das alle inhalte aufgeführt dieses haustier ist auch dabei wie heißt drax glaube ich das ist so ziemlich standard ding und alles in allem ist es relativ easy teilzunehmen beide gewinnspiele laufen über instagram das habe ich schon mal gesagt und erklärt wieso weshalb warum oder warum ich das nicht über youtube mache oder so weiter youtube hat halt einen entscheidenden nachteil und zwar dass ich dort mit niemanden private nachrichten austauschen kann das heißt wenn ich hier jemanden auslose und er gewinnt kann ich denjenigen direkt selber kontaktieren und selber nachprüfen ob das auch derjenige ist indem ich das doppelt gegenchecke wenn ich aber auf youtube jemanden habe und sagt der und der hat gewonnen schreibt mich mal unter der und der adresse an dann kann theoretisch jeder kommen und da hat auch schon mal beim anderen gewinnspiel jemand versucht zu bescheißen und sich als jemand auszugeben der er nicht ist dementsprechend mache ich das halt über eine plattform wo ich das selber alles steuern kann finde ich schade dass es auch bei so sachen leute gibt die versuchen zu bescheißen aber hier bin ich der meinung habe ich das ganze ganz gut selber im griff und sehe oder kann ja anhand der profile nachprüfen ist das wirklich der der da auch drunter geschrieben hat von daher das ist jetzt die plattform und ich glaube insta haben noch mal mehr als twitter da könnt ihr mir natürlich auch gerne folgen aber das läuft jetzt halt alles über instagram ab für dieses gewinnspiel ihr liked diesen beitrag wer sich selbst liked ist wie war das früher ist wie wenn man sich beim naja komm lass mal das es geht um schöne sachen ähm diesen beitrag liken folgt mir auf instagram und schreibt einfach in die kommentare welche klasse macht euch am im moment am meisten spaß und dahinter den hashtag g6 gaming dann seid ihr hier mit drin wichtig um das für die auslosung fair zu machen und damit nicht jemand gewinnen kann der weiß nicht vielleicht bei gewinnspiel xy gar nicht teilnehmen wollte ist das halt gesplittet in zwei verschiedene einmal holy einmal world of warcraft hier ist es ähnlich wenn ihr an beiden gewinnspielen teilnehmen wollt müsst ihr bei beiden oder also ihr habt jetzt was für world of warcraft gemacht dann auch hier nochmal den beitrag liken ähm mir folgen gut der schritt den teilen sich beide und hier in die kommentare schreiben was ist eure lieblings sorte wenn ihr schon holy mal probiert habt oder wenn ihr es gern probieren würdet was glaubt ihr welche sorte könnte euch schmecken egal egal was es ist es gibt ja mittlerweile super super viel und um das nochmal zu betonen es ist eine 75 euro gift card die ihr mit einem konto hier einlösen könnt auf der seite von holy ähm ihr könnt das ausgeben für letzten endes was ihr wollt was quasi gerade im shop so auf lager ist entweder in sachen x miss sorten wobei hier dieser bratapfel geschmack ist jetzt mittlerweile ausverkauft es gilt natürlich auf das gesamte energy sortiment was wir hier zur verfügung haben also die einzelnen döschen und so weiter und so fort oh piranha auch ausverkauft okay dann ihr könnt es nutzen für einsteiger pakete theoretisch also da sind zum beispiel die probiersets dabei da könnt ihr auch erst mal sagen ich bestelle mir nur das und guck welche mir am besten geschmeckt und bestelle mir davon dann einen nach soweit ich das auch nachgefragt habe müsst ihr nicht die ganzen 75 euro in einer bestellung rausblasen die sind halt einfach eurem konto gutgeschrieben oder ihr könnt theoretisch auch sagen hier weiß ich nicht mit pulver bin ich noch gut versorgt ich hätte gerne tesschen maus pad edelstahl shaker whatever also ihr könnt euch letzten endes gönnen was ihr wollt beide gewinnspiele laufen bis zum 23 dezember 21 uhr also da ist teilnahme stopp ich kann nachvollziehen wer da zu spät kam wer die bedingungen alle nicht erfüllt hat und so weiter und so fort also das nur mal als weiß nicht da kann man also nicht bescheißen sagen wir es mal so und es wird zwei gewinner geben also wenn jetzt aus welchem grund auch immer irgendjemand bei beiden gewinnspielen durch den zufalls generator ausgelöst werden sollte ich lose als erstes world of warcraft aus dann holy wenn diese person die wo w gewinnen auch bei holy gewinnen würde würde ich noch ein zweites mal ziehen damit möglichst viele leute freude haben und ein kleines weihnachtsgeschenk noch bekommen damit will ich niemanden vergraulen oder sonst irgendwas aber ich denke ich glaube zwar nicht dass es passiert aber der richtigkeit halber möchte ich es natürlich erwähnen dass hier auch alles mit rechten dingen zugeht also das sind die bedingungen das sind die gewinne die es gibt könnt ihr auch merchandise kaufen wenn ihr wollt es ist jede menge mittlerweile am start die links zu den gewinnspielen in der video beschreibung und ja ich bedanke mich bei euch fürs zusehen wünsche noch eine schöne vorweihnachtszeit und wünsche euch allen ganz ganz viel erfolg und glück beim teilnehmen bis dahin ich melde mich wenn ich die gewinner dann ausgelost habe würde wahrscheinlich dann am 23. eine stunde zwei danach sein und die gewinner kontaktiere ich direkt damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.